Hallo zusammen, mein Name ist Manuel Krüter, ich lehre Karosserie Spengler im vierten Lehrjahr und mache die Lehre bei Karosserie Bartlomé. Heute zeige ich euch mal, was ich den ganzen Tag so machen muss. Für mich ist es schön am Beruf, mit Autos zu arbeiten, weil für mich sind Autos eine Leidenschaft, um die Produkte in Form zu reparieren, um nach der Reparatur zu sehen, was man gemacht hat und wie das Endprodukt aussieht. Ich habe mich für die Bartlomé AG entschieden, weil ich einen ziemlich nahen Arbeitsweg habe und weil ich gehört habe, dass wir ein ziemlich gutes Team haben und weil wir auch die Reparatur aller Fahrzeuge machen. Jeden Tag ist für mich ein Highlight, weil ich hier als vollwertigen Mitarbeiter behandelt werde und arbeiten darf machen, was meine Lehre eigentlich eher selten macht. Jetzt zeige ich euch, was ich den ganzen Tag mache und wenn euch das gefallen würde, kommen wir doch mal an und schnuppern. Bis zum nächsten Mal. Das Jahrhundert Vielen Dank.